Ein Mann, der in der Geschichte des Bergsteigens Meilensteine setzen konnte und trotzdem als einfacher, fast schon armer und bescheidener Mensch sein Leben bis zum absoluten Limit ausgereizt hat. Ein Mann namens Hermann Buhl. Weil Hermann Buhl in Pakistan und in den Alpen Geschichte schreiben konnte, geht es heute in Legenden im Porträt um Hermann Buhl. Hermann Buhl ist am 21. September 1924 in Innsbruck in Österreich geboren. Sein Schicksal sollte kein einfaches werden. Er war eines von vier Kindern in der Familie und schon früh in seiner Kindheit verstarb seine Mutter. Er endete letztlich im Waisenhaus. Um diesem Schicksal ein wenig zu entfliehen, zog es ihn schon als kleiner Bub in die Berge. In den Tuxeralpen, dem wilden Kaiser im Karwendel und Co. hat Hermann Buhl sich selbst das Bergsteigen gelernt. Aber vor allem lernte er das Klettern. Obwohl er 1939 also nur mit 15 Jahren schon der Jugendgruppe des DAVs beigetreten ist, war Hermann Buhl doch zumeist allein unterwegs. Und dabei lernte er etwas, was ihm sein ganzes Leben lang behilflich sein würde. Eine mentale Stärke, Sondergleichen und die Fähigkeit, mit kühlem Kopf taktisch kluge Entscheidungen zu treffen. Durch seine armen Verhältnisse waren Trainingslager in den Westalpen oder anderweitige große Unternehmungen vorerst nicht möglich. Deshalb fand Hermann seinen eigenen kreativen Weg, sich auf die großen Herausforderungen der Alpen und vor allem des Himalajas vorzubereiten. Er begann mit dem Winterbergsteigen. So gelangen ihm hunderte Winterbesteigungen im Karwendel und dem Wettersteingebirge über diverse Wege und Routen im absoluten Limit des Möglichen. War er einmal nicht allein unterwegs, begleitete ihn sein Freund und Bergsteiger Walter Fraunberger bei seinen Touren. Doch nur Bergsteigen war in diesen Zeiten keine Option. Hermann Buhl war zwar gelernter Speditionskaufmann, im Krieg jedoch war er als Gebirgsjäger in Italien im Einsatz. Nach dem Kriegsende und amerikanischer Gefangenschaft kämpfte er sich weiter durchs Leben, wobei er ihn stets die Armut begleitet hat. Obwohl er seine Ausbildung zum Bergführer abgeschlossen hat, hatte er auch damit nie den großen finanziellen Erfolg. Und trotzdem erreichte er teils Unglaubliches, vor allem wenn man die damaligen Umstände kennt. Es gelangen ihm unzählige Erstbesteigungen, unter anderem die Westwand der Maugspitze, die erste Winterbegehung der Marmolader Südwand und die erste Überschreitung der Aguille de Chamonix. Nachdem er sich bisher nur durchgekämpft hatte, konnte er 1952 in einem Sportgeschäft in München einem festen Beruf nachgehen. Doch schon ein Jahr später, 1953, sollte es für ihn in die Geschichtsbücher für die Ewigkeit gehen. Bei der sogenannten Willi-Merkel-Gedächtnisexpedition sollte Buhl mit anderen Bergsteigern die Erstbesteigung des Nanga-Pabats vollziehen. Und diese Expedition wurde nicht nur aufgrund einer erfolgten Erstbesteigung berühmt, sondern vor allem aufgrund der Umstände. Im Hochlager auf 6900 Metern kam es zwischen der Expeditionsleitung unter Karl-Maria Herrlikhoffer, den kennt ihr bereits aus dem Günther Messner-Video, und dem Team an Alpinisten im Hochlager zum Streit. Hermann Buhl tat das, was später als beispiellose Aktion in die Geschichte des Alpinismus eingehen würde. Am 3. Juli um etwa 2 Uhr morgens startete Hermann Buhl allein ohne Team und ohne Absprache zum Gipfel. Er betrat vollständig neues Terrain in absoluter Dunkelheit. Eine solche Aktion hätte man schlichtweg als Harakiri unverantwortlich und egoistisch betrachtet. Doch Hermann Buhl ging es nicht wie dem Expeditionsleiter um den großen deutschen Erfolg oder die Eroberung des deutschen Schicksalsbergs. Es ging ihm schlichtweg um das Bergsteigen. Und was soll man sagen? Der Erfolg gab ihm Recht. 17 Stunden später stand Hermann Buhl am Gipfel des Nanga-Pabats. Als erster Mensch überhaupt und vollkommen allein. Und dann stehe ich auf dem Gipfel, 8125 Meter hoch. Aus dem Anorak hole ich meinen Tiroler Wimpel hervor und binde ihn an den Pickelstiel. Doch Hermann Buhl war zwar oben, aber noch nicht wieder unten. Die nächste Herausforderung bahnte sich an, wobei vor allem der Einbruch der Dunkelheit alles verkomplizierte. So war er noch auf einer Höhe von 8000 Metern auf einem schmalen Felsvorsprung ein Notbiwak notwendig, wobei ihm hier sowohl die Ausrüstung als auch der ideale Platz fehlten. Er stand eine ganze Nacht auf seinen Beinen, ohne zu wissen, ob es letztlich für das Überleben reichen würde. Doch seine mentale Stärke und seine Fähigkeit, Schmerzen und unertragbare Situationen durchzustehen, sollte ihm in diesem Moment das Leben retten. In der linken Hand halte ich die beiden Skistöcke. Hoffentlich entfallen sie mir nicht. Ich brauche sie noch. Die rechte klammert sich an einen Griff. Jehe Müdigkeit überkommt mich. Ich kann mich kaum mehr aufrecht halten. Der Kopf fällt nach vorne. Die Augenlider drücken schwer herab. Ich döse ein. Doch letztlich gilt, er überlebte. Entgegen aller Erwartungen war der Empfang in der Heimat nicht nur positiv. Hermann Buhl war etwas Außergewöhnliches gelungen und nicht jeder gönnte ihm den Erfolg. Allen voran der Expeditionsleiter Herrlikhoffer, der ihm diesen Alleingang nicht verzieh. Hass, Missgunst und Neid waren die Folge, wodurch er sich abkapselte und zum Außenseiter verkommen war. Doch der Ruhm hatte auch seine positiven Seiten. Die erfolgreiche Expedition mit dieser bahnbrechenden Geschichte ermöglichte ihm das Reisen in ganz Europa. Überall hielt er Vorträge mit vollen Seelen und schaffte es so, seiner Armut zu entkommen. Ein Meilenstein in der Geschichte des Alpinismus war also notwendig, um dem talentierten Bergsteiger und Kletterer ein Leben in finanzieller Sicherheit zu ermöglichen. Doch für Hermann Buhl war der Ruhm keine Voraussetzung für das extreme Leben als Alpinist. Er machte auch weiterhin für damalige Verhältnisse unglaublich schwierige und gefährliche Touren in den Alpen. Bis er 1957 beschloss, mit Markus Schmuck, Prinz Wintersteller und Kurt Diemberger ein zweites Mal im Himalaya Geschichte zu schreiben. Die Erstbesteigung des Broad Peaks. Nicht im Stil einer großen Expedition mit hunderten Leuten, sondern im Alpinstil. Seiner Zeit weit voraus, ohne Hochträger, ohne Expeditionsleitung, ohne externe Logistik, was damals niemals geahnt hätte, sie erreichten allesamt erfolgreich. Am 9. Juni 1957 den Gipfel des Broad Peaks. Und das zum ersten Mal in der Geschichte und vor allem bis heute als Ausnahmetalente im Alpinstil. Der Juni im Jahr 1957 sollte einer seiner erfolgreichsten Monate seines Lebens sein und endete jedoch mit einem tragischen Ereignis. Die 7654 Meter hohe Chocolisa sollte der letzte Berg seines Lebens werden. Durch extrem schwierige Witterung und viel Pech mussten Kurt Diemberger und Hermann Buhl auf 7300 Meter umkehren. Im Schneesturm war die Orientierung jedoch schwer und ein falscher Tritt auf einer unerkannten Wächte reichte aus, um die Wächte zum Einsturz zu bringen. Hermann Buhl stürzte mitsamt der Wächte in die Nordwand der Chocolisa ab. Bis heute bleibt Hermann Buhls Leichnam unentdeckt und verschollen. Hermann Buhl galt stets als zäher Hund und als äußerst willensstark, aber auch als schwieriger Charakter mit großem Hang zum Individualismus. Aber vielleicht ist es genau das, was einen Ausnahmebergsteiger des 20. Jahrhunderts ausmacht und genau das, was es braucht, um eine wahre Legende zu werden. Hermann Buhl wurde nach dem Nanga Parbat für seinen Umgang mit der Konfrontation kritisiert und galt auch als sturer Kopf. Doch für mich hat Hermann Buhl die Geschichte geschrieben, die mich heute im Alpinismus so fasziniert. Er war Querdenker, ein Individualist und drängte aus allen Normen, sobald es ihm möglich war. Außerdem war er ein durchaus begabter Autor und kluger und bedachter Mensch. Diese Kombination macht ihn zu einem besonderen Menschen vor allem für die damalige Zeit. Seine armen Verhältnisse vor dem Erfolg als Höhenbergsteiger zeigten auch, dass Bergsteigen für ihn Leidenschaft und nicht nur ein nettes Hobby oder ein Beruf war. All das rechne ich diesem Mann ganz persönlich extrem hoch an, womit er nicht nur zu einer Legende der Allgemeinheit, sondern zu einer ganz persönlichen Legende wurde.